Ja, als offenes Reallabor können Sie bei uns im Erprobungsraum partizipieren. Das heißt, wir sind offen für assoziierte Partner, die auch 5G-Anwendungsfälle ausprobieren möchten und natürlich sind wir so etwas wie ein Leuchtturm hier in der Region, wo einfach Zukunftstechnologie sehr früh erprobt wird und auch die verschiedenen Akteure verstehen, was sind die Vorteile der 5G Technologie für die unterschiedlichen Anwendungen.